Ich bin sehr, sehr stolz. Ich kann gar nicht beschreiben, wie stolz ich auf die Art und Weise bin, wie meine Spieler und das ganze Team dem Weltmeister entgegengetreten sind. Dass sie 100 Prozent geben, das ist das Einzige, was ich von meinen Spielern verlangt habe. Und, dass sie mit einem Lächeln spielen und es genießen. Man spielt ja nicht jeden Tag gegen den Weltmeister. Das war ein toller Schuss von Liam Walker. Was wäre das für ein Tor gewesen? Wow! Was wäre das für ein Tor gewesen? Aber Manuel Neuer hat sehr stark pariert. Ich hoffe wirklich, dass jetzt all die Leute leise sind, die sagten, wir hätten es nicht verdient, hier mitzuspielen. Ich denke, wir haben bewiesen, wie sehr wir es verdienen.